Hallo, ja, wir sind jetzt hier im... Achso, ja, erst mal Ostern. Ja, Ostern. Ja, frohe Ostern geht noch nicht. Nein, es ist morgen erst. Ja, heute ist Samstag. Und wir sind jetzt in Düsseldorf beim... Ja, guck mal, hier ist auch schon ein Trüsseldach. Ja, wir gehen jetzt durch den Park. Ja, Park. Und da oben ist auch ein Pferd. Da ist so ein Steinpferd. Und hier auch. Ja, das ist der Eingang zum Park. Ja, und jetzt gehen wir gleich in den... Oh, was heißt das denn? Ja, das ist der Park, der bei den Messerhallen ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Ich glaube... Ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hab ich vergessen. Auf jeden Fall gehen wir noch in den japanischen Garten. Ja, das ist ein Teil von dem großen Park. Und, äh... Ja, dann gucken wir nachher mal weiter. Ja, erst mal sind wir hier am Parksatz und müssen parken. Ja, okay, bis später. Ja, jetzt haben wir uns erst mal hier getroffen. Ja, keine Sorge. Alles gut. Ich hab schon mitgekriegt, dass du so am Schrauben warst. Ich seh halt einfach fliegen. Das glaub ich. Aber es ist ein adorabler Seat. Auch hier seh ich gar nichts. Ich seh nur... Das ist wie bei mir. Ja, seh dich nicht. Vielleicht sind sie in der Hand nicht richtig, ja. Die anderen muss man doch auch sehen. Der Lolli. Ja, okay. Jetzt sind wir fünf. Auch nicht wirklich viel. Was machen Sachen? Das war eine Zweierziehung. Können wir mal bitte in die Fortschritte finden? Ja, dann macht da jemand Videos. Jaaa! Dann gehen wir mal dahin und gucken bei den anderen. Ja, irgendwo muss der Flugzeug ja starten, aber wir wissen noch nicht genau, wo der startet. Irgendwie treffen sich jetzt erst mal alle ja. Wir treffen uns ja, aber wo weiß man noch nicht nach. Ja, jetzt machen wir gleich ein Gucken. Oh, hier. Hm, ja. Alle nach vorne, vor den Brunnen. Alle in einer Reihe. Wenn nicht gleich jemand guckt. Oh, die passen alle geil. Ui! Nee, da fahr' ich nicht nach oben mit dem Wasser drin. Nicht ins Wasser fallen, dann müsst ihr aufpassen. Ah! Lächelt mal ein bisschen mehr. Und auf drei. Eins, zwei und drei. Zwei. 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 Ja, vor den hoch. Ja, vor den hoch. Martini nach vorne gucken. Ja. Winke, winke. 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 Und macht mal irgendwelche Spaß Rosen. So, Feierabend nach nach Hause. Danke. Alles aber lieb, danke. Danke. Nach Hause. Nein. Nein, jetzt geht's weiter, wir müssen noch mehr machen. Es geht weg. Es geht weg. Wir gehen hier lang. Und da ist der Brunnen. Okay. Tschüss, Peter. Jetzt müsst ihr auch mal herkommen. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter im Park. Und da sind Blumen, ja. Und da sind so Bilder in der Mitte. Aber was das bedeutet, das weiß ich nicht. Nein. Ja. Yay. Nein. Den kenn ich doch. Ja. Ja. Ich bin erschütternd. Ich berührt. Vielleicht ist das ja eine Sonnenuhr oder sowas. Und die Blumen sollen wahrscheinlich die Minuten oder Stunden sein, ja. Ich weiß es nicht. Ja, einfach nur geraten. Ja. Nur geraten, ja. Okay. Ja, es ist ein Hühnchen, Hühnchen, aber es ist ein Fuchs, ja, es kann kein Hühnchen machen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schön hier, ja, das Wetter ist schön, ja, kein Regen. Ja, hier im Japanpark, wo wir jetzt gleich reingehen, da sind ja auch immer die Cosplayer von der Dokomi, wenn Dokomi ist, treffen sich auch da, ja. Hühnchen, jetzt gockel, ja, gockel. Habe ich in die Leere getreten, ja, ich dachte, ich stehe auf die Stufe, hm. Da sind dann so viele, so viele Cosplayer und äh, ja, das ist richtig voll hier, ja, müsste auch mal herkommen, da, Tüch, Flüts, Da drüben gibt es aber Essen. Da unten, guck mal. Gänse, ja Gänse. Gänse, ja Gänse. Ja Gänse. Und da wird einer weggeführt. So hinweist ich nicht. Nein, keine Ahnung. Oder ausgeführt sogar. Ja, das war so geil. Amerika! Ja, ganz viele hier. Kleinen Vorgeschmack von der Dokumina. Die Frostlayer hier. Ja, ja. Ich dachte das wäre die Hölle. Aber jetzt sind wir scheinbar hier irgendwie im... Im Fantasy Himmel. Ja, im Fantasy Himmel. Yay. Ja, es ist immer schön hier. Vor allem wenn hier die Blüten blühen. Ja, ja. Ja, ja. Da haben wir schon Musik dabei. Ja, schau mal. Da kann ich wissen noch nicht. Und auch ein Lass. Hm, was ich kenne nicht. Ja, das riecht mal. Ja, ich hab ja alles. 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 Ja, alles. Ja, da wird dann Pause gemacht. Müde, müde. Alle müde. Ja, da wird dann Pause gemacht. Ja, da wird dann Pause gemacht. Wow. 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 Ja. Kann auch was machen. Ja, wir verteilen jetzt hier noch ein bisschen was. Und äh... Machen wir ein bisschen Party, ja. Müsst ihr auf jeden Fall auch mal herkommen. Ja. 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 Ja, so viele, so viele. Ja. Es ist immer was schöner zu sehen. Immer sieht man was Neues. Ja. Dankeschön! Ja, Alarmsbach! Ja, hier sind auch so Brücken, da kann man so schöne Fotos machen, so auf den Rücken. Ja, da ist einer ganz erschlagen mit der Zunge. Ja, da kann man auch sehen. Ich muss ein bisschen zeigen, wie es hier aussieht. Was heißt denn Daktari? Das war doch eine Serie im Fernsehen. Ja, da kann man auch sehen. Ja! Und zeig mal dein Pokémon! Nee, Digimon ist das, glaube ich nicht. Pokémon! Ja! Ja! Dein Feld! Ja! 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 Der japanische Gartenteil! Der Park ist ja riesengroß! Riesengroß ist der Park! Ja! Ja, das ist nur der japanische Teil hier vom Park! Ja! Ja! Da sind ganz viele Kostleer! Ja! 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 Du musst zu deinen Leuten! Ja! Der Engel würde am liebsten mit uns gehen! Ja! 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 Oh! Musterckopf wäre ja zurück! Ja! 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 Der sieht gut aus! Schlafen! Ja! Und so viele Flügeln! Ja! 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 Ja, alle haben Spaß! Schau mal hier, voll der elegante Schirm. Ja, jetzt suchen wir irgendwie den Kameramann weg. Da hab ich schon gesagt, können wir so eine Congalein machen. Jetzt machen wir Feierabend. Ja, Feierabend. Wird sowieso gleich regnen, da könnt ihr gucken, da oben. Die Sonne ist weg, ja. Okay, tschüss.